So, hallo! Heute sprechen wir wieder über die Multiplikation, also das Malnehmen. Ihr habt in den letzten Videos schon die ganzen Techniken gelernt, wie ihr multiplizieren könnt. Das will ich einfach nochmal wiederholen heute. Und ihr seht dann schon, ihr könnt dann eigentlich jede x-beliebige Zahl miteinander multiplizieren und habt eigentlich alles, was ihr dafür braucht. Lass mich mal loslegen. Und zwar wiederhole ich einfach nochmal von dem letzten Video. Und zwar nehme ich mal die 32 mal 18. So, und ich rechne die jetzt genau mit der gleichen Technik wie letztes Mal. Und ich zeige dir dann danach noch eine Möglichkeit, wie du es noch ein bisschen leichter machen kannst. Aber im Endeffekt kannst du dir aussuchen, was du willst, wie du rechnen willst. Also, wir rechnen einfach wieder. Und zwar fangen wir ganz rechts an mit der 8 und rechnen zuerst mal 8 mal 32. Dazu rechnen wir jetzt erst mal 8 mal 2. 8 mal 2 ist 16. Und das schreiben wir hier hin. Also, wichtig ist dabei immer, dass du unter der jeweiligen Stelle anfängst. Also, die 8 ist quasi in der einer Stelle hier. Das ist ganz wichtig. Und dann rechnen wir 8 mal 3. 8 mal 3 ist 24. Das schreibe ich hier hin. So, und dann gehen wir zu 1 über. Und rechnen 1 mal 2. 1 mal 2 ist 2. Das schreiben wir auch unter die 1. Quasi jetzt unter die 1. Das ist jetzt aber eigentlich die 10er Stelle. Und 1 mal 3 ist 3. Das schreiben wir hier nebendran. So, und dann können wir auch schon ganz einfach zusammenzählen. 6. Unter der 6 steht gar nichts. Also ist das einfach nur die 6. Und 1 plus 4 ist 5. Plus 2 ist 7. Und 2 plus 3 ist 5. Und damit haben wir schon unser Ergebnis. 32 mal 18 ist 576. Jetzt will ich dir noch kurz eine andere Möglichkeit zeigen, wie du das rechnen kannst, ohne so viele Zahlen untereinander schreiben zu müssen. Da gibt es noch einen kleinen Trick mit einem Übertrag. Und den wollen wir heute auch nutzen, um teilweise ein bisschen größere Zahlen miteinander zu multiplizieren. Das zeige ich dir jetzt. Also nehmen wir genau die gleiche Aufgabe nochmal, 32 mal 18 und rechnen sie jetzt einfach mal mit dem Übertragen. Das zeige ich dir gleich, wie das geht. Also, und zwar geht das so. Also zuerst rechnen wir wieder 8 mal 2. Und 8 mal 2 ist 16. Und schreiben die 6 hier in die 1er Stelle. Und merken uns die 10er Stelle, also die 10. Und die können wir hier zum Beispiel hinschreiben. Das ist ein kleiner Übertrag. So, und dann rechnen wir 8 mal 3. 8 mal 3 ist 24. Und jetzt müssten wir hier quasi die 4 hinschreiben. Da steht aber schon eine 1. Und die rechnen wir deshalb einfach zusammen. Ich radiere das mal wieder aus. Und 4 plus 1 ist 5. Also nicht 24, sondern 25. Und dann kommt hier nichts mehr. Das heißt, die 2 können wir auch hinschreiben. Also 8 mal 32 ist 256. Wenn dich die 1 später stört, kannst du die auch gerne wieder durchstreichen oder löschen. Das machen wir vielleicht nachher auch sicherheitshalber. Mal gucken. So, und jetzt 1 mal 2 ist 2. Da haben wir keinen Übertrag. Und 1 mal 3 ist 3. Da haben wir auch keinen Übertrag. Und jetzt rechnen wir das alles zusammen. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal dunkelblau. So, und 6. In der 1er Stelle, da steht sonst nichts. 6 mal ist einfach nur die 6. 5 plus 2. Da musst du jetzt aufpassen, dass du die 1 nicht nochmal mitzählst. Das war vorhin nur gedacht, um uns die 1 zu merken als Übertrag. Also die kannst du auch gerne jetzt wieder durchstreichen. 5 plus 2 ist 7. Und 2 plus 3 ist 5. Und du siehst schon, das Ergebnis ist genau das gleiche. Das passt also. Da sind wir froh, dass hier das gleiche rauskommt. Okay, dann rechnen wir die nächsten Übungen. Und zwar machen wir das jetzt alles wieder im Übertrag. Du kannst jetzt schon sehen, du hast hier quasi eine Zeile gespart. Du brauchst nicht so viel schreiben. Und wenn du größere Zahlen miteinander malnimmst, dann ist das eine ganz schicke Methode, um hier nicht so viel Platz auf dem Papier zu nutzen. Okay, also, weil es dir das aber zu viel ist oder zu schnell ist, kannst du die Methode auch immer wählen. Die funktioniert genauso gut. Du musst einfach nur ein bisschen mehr schreiben. So, ich hoffe, das verwirrt dich nicht zu sehr. Und wir rechnen jetzt einfach noch eine ganze Menge Beispielübungen mit diesem Übertrag, dass du siehst, dass das eigentlich ganz leicht ist. Okay, also, nächste. Nächste Übung, die ich rechnen will, ist 99 mal 88. So, und zwar fangen wir wieder an mit unserer 8 mal 9. 9, 8 mal 9 ist 72, also die 2 schreibe ich hier hin und eine 7 merke ich mir. Und nochmal 8 mal 9, diesmal die 10er in der 99, ist auch 72. Also würde ich hier eine 72 hinschreiben. 2 plus 7 ist aber 9. Und ich hatte 72, jetzt habe ich 79. So, okay. Und jetzt rechne ich, also das war quasi hier 8 mal 99. Und jetzt rechne ich noch diese 8 mal 99. Also 8 mal 9 ist wieder 72, müsste eigentlich genau das gleiche rauskommen. Aber wir rechnen es nochmal. 8 mal 9 ist 72, hier 7 im Übertrag. Und 8 mal 9 ist auch 72. 72 plus 7 ist 79. Und die schreibe ich hier auch hin. So, und jetzt muss ich einfach nur noch alles schön zusammenzählen. So, wenn dich die Überträge stören, kannst du wie gesagt löschen oder durchstreichen, damit es beim Addieren keinen Durcheinander gibt. Wir rechnen jetzt nur die großen Zahlen zusammen, also nicht die Überträge. Also 2 plus, hier steht nichts, ist 2. Und 2 plus 9 ist 11. Und wie wir vorher schon in der Addition, also im Zusammenzählen gesehen haben, kannst du hier 1 gemerkt anschreiben. Also 2, 9 plus 1, Entschuldigung, 9 plus 2 ist 11. Also 1 gemerkt. Ich habe mal hier extra ein bisschen Platz gelassen, dass du mit den Überträgen nicht durcheinander kommst. 7 plus 9 ist 16, plus 1 ist 17. 1 gemerkt. Und 7 plus 1 ist 8. Das heißt, unser Ergebnis aus 99 mal 88 ist 8712. Gut, gleich die nächste. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei zweistelligen Zahlen. Also 53 mal 78. So, und wir gehen genauso vor wie vorher auch. 8 mal 3 ist 8, 16, 24. Merken wir uns diese 2 als Übertrag. 8 mal 5 ist 40. 40 plus 2 ist 42. 42. Und die 4 hier kann ich groß hinschreiben, weil wir dann fertig gerechnet haben mit der 8 mal 53. Hier kommt nichts mehr. Das heißt, hier können wir die ganz getrost hinschreiben. Dann 7 mal 53. Fangen wir an mit der 7 mal 3. 7, 14, 21. Also unter die 7 kommt die 21. Die 2 merken wir uns hier. Und 7 mal 3 ist 35. 35 plus 2 ist 37. So, und dann sind wir schon soweit und können die Zahlen einfach... Also hier kann man jetzt sicher auch ein Plus vorne hinschreiben. Hätte ich hier auch machen können. Also die Zahlen werden jetzt zusammengezählt. 4, und da steht nichts, ist 4. 2 plus 1 ist 3. Und 4 plus 7 ist 11. 1 gemerkt. Und 3 plus 1 ist 4. Gut. Ich hoffe, du verstehst jetzt schon so langsam, wie das läuft. Wo der Hase lang läuft, sozusagen. Lass mich mal einfach noch ein paar Übungen weitermachen. Jetzt geht's schon... Nehmen wir mal jetzt eine dreistellige Zahl schon. 796 mal 58. So, jetzt sagst du dir vielleicht... Oh, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Aber es wird eigentlich nur ein bisschen länger. Du machst immer noch genau das Gleiche. Und du wirst schon sehen, das klappt ganz einfach. Also 8 mal 6 ist 48. Genau, habe ich eine neue Farbe. Jawohl. 48, 4 in den Übertrag hier. Dann 8 mal 9. Was ist 8 mal 9? 10 mal 9 ist 80. Und 9... Entschuldigung. 10 mal 8 ist 80. 9 mal 8 ist 72. 72 plus 4 ist 76. Wieder unsere 7 gemerkt. Und 8 mal 7 ist 56. Ich hoffe, das stimmt. 8 mal 7 ist 56. 80 plus 7 ist 63. So, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen beim Kopfrechnen ins Stocken gekommen. Also, wenn du siehst, dass ich mich irgendwo verrechne, dann gibt's dafür natürlich extra Punkte. Und, genau, wir können das nachher auch gerne nochmal kontrollieren, ob ich mich da auch nicht verrechnen habe. Das kommt durchaus auch mal vor. So, dann wechsle ich noch mal 5 mal 6 ist 30. So, 3 merken wir uns hier. Dann 5 mal 9 ist 45 plus 3 ist 48. Und die 4 in den Übertrag. Und 5 mal 7 ist 35 plus 4 ist 39. So, und jetzt zählen wir das alles zusammen. Ich lasse mal ein bisschen mehr Platz hier unten bei dem Zusammenzählen, dass wir für die 1 gemerkt entsprechend einfach Platz haben, um daraus hinzuschreiben, dass wir nicht mit den Überträgen durcheinander kommen. Aber im Endeffekt machst du genau das gleiche. Das heißt, 8 plus, hier steht nichts, ist 8. Und 6 plus 0 ist 6. Und 3 plus 8 ist 11. 1 gemerkt. Und 6 plus 9 ist 15. Plus 1 ist 16. 1 gemerkt. Und 3 plus 1 ist 4. Gut, dann machen wir noch eine Aufgabe. Die letzte. Und jetzt nehmen wir zwei dreistellige Zahlen. Jetzt geht es erst richtig los mit der Multiplikation. Wirst du dir vielleicht sagen. Aber du merkst gleich, dass wenn du bei deiner Technik bleibst, dann kommst du immer sicher ans Ziel. Also 523 rechnen wir jetzt mal 798. So, und gar nicht beeindrucken lassen von den großen Zahlen. Wir rechnen einfach stur. Unseren Stiefel. Also 8 mal 3 ist 8, 16, 24. Und merken uns die 2. Und 8 mal 2 ist 16. Plus 2 ist 18. Und du siehst wieder, ich bleibe immer schön in den entsprechenden Stellen, in den entsprechenden Spalten. Also 8 mal 2 war 16, plus 1 ist 18. Diesen 1, dieser 1 in den Übertrag. 8 mal 5 ist 40. Plus 1 ist 41. Und wie gesagt, du könntest die Überträge jetzt auch wieder löschen. Ich lasse die einfach mal hier, dass du es besser nachvollziehen kannst. Aber kannst du grundsätzlich auch wieder entfernen. So, dann, das war jetzt die 8. Ich zeichne das hier oben vielleicht nochmal ein. Also das war jetzt, was hatten wir dann eben? Gelb. 8 mal, hatten wir zuerst. Jetzt nehmen wir, nehme ich mal rot. 9 mal 523, also fangen wir hier an. 9 mal 3 ist 9, 18, 27. So, 27, die 2 in den Übertrag. 9 mal 2 ist 18, plus 2 ist 20. Also die 0 von der 20 und die 2 in den Übertrag. 9 mal 5 ist 45, plus 2 ist 47. So, dann hätten wir die 9 auch, beziehungsweise die 90 ist es ja eigentlich. Deshalb steht das auch alles eine Spalte weiter links mit der 523 multipliziert. Und jetzt rechnen wir noch 7 mal 523. Dazu nehme ich jetzt mal wieder orange. 7, also zeichne ich auch noch ein. So, jetzt werden die Farben da zwar ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, du kannst dem noch gut folgen. 7 mal 3 fangen wir zuerst an. Und schreiben das unter die 7. 7 mal 3 ist 7, 14, 21. 21, 2 gemerkt. Oder 2 in den Übertrag, sollte ich besser sagen. 7 mal 2 ist 14, plus 2 ist 16. Und 7 mal 5 ist 35, plus 1 ist 36. So, jetzt habe ich alle meine Teilprodukte, so heißt es, ausgerechnet. Jetzt kann ich sie zusammenzählen. Also, großen Strich drunter. Nehmen wir mal hellblau. Nehmen wir mal hellblau. Plus und plus. Lassen ein bisschen Platz für die Überträge. 4 und da steht sonst nichts. Ist 4. 8 plus 7 ist 15 und 1 gemerkt. Ihr seht schon, es ist ganz wichtig, dass ihr es immer sauber in die Spalten untereinander schreibt. Sonst kommt ihr nämlich, werdet ihr durcheinander. Also, 1 plus 1 plus 1 ist 3. Wie gesagt, nicht die Überträge von vorher zählen, sondern wirklich nur jetzt dieses 1 gemerkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne alle durchstreichen und löschen, bevor ihr dann später alles zusammenzählt. Also, 1 plus 1 plus 1 ist 3. So, 6 plus 7 plus 4 ist 17. 1 gemerkt. Und 4 plus 6 plus 1 ist 11. 1 gemerkt. Und 1 plus 3 ist 4. So, jetzt können wir das nochmal ganz kurz kontrollieren vielleicht. Und zwar mache ich dazu unseren Rechner mal auf, dass das auch wirklich stimmt. So, dass ihr das auch seht. Dass du das hier siehst. Das ist 523 mal 798 ist 417.354. Wunderbar. Bin ich froh, dass ich mich nicht verrechnet habe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.